Karl-Heinz Rummenigge bestätigt, Top-Adresse Werder Bremen für Leihgeschäfte, das und vieles mehr nach der Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Reniko. Wie im Leben, wie im Leben. Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Doppel-Upload. Das ist eigentlich gar nicht geplant, aber gerade eben kam eine Nachricht, wo ich unbedingt drüber berichten wollte. Und zwar hat Karl-Heinz Rummenigge bestätigt gehabt, dass Werder Bremen eine optimale und Top-Adresse für Leihgeschäfte ist. Und auch in der Zukunft man wahrscheinlich Leihgeschäfte vom FC Bayern zu Werder Bremen sehen wird. Das Ganze findet ihr eigentlich einfach, wenn ihr wirklich nur Karl-Heinz Rummenigge sucht oder auch Werder Bremen eingibt. Überall steht das gerade. Also es ist gerade eben rausgekommen, dieser Artikel. Ich würde ihn auch hier einblenden, aber ich weiß nicht, ob ich ihn einblenden darf. Das ist das Problem. Deswegen liest er einfach selber durch. Ich fasse es aber auch mal kurz zusammen. Also Karl-Heinz Rummenigge hat die Arbeit in Bremen, ja was heißt bestätigt, gelobt, auf junge Spieler zu setzen. Und hat dann nach Frage gesagt gehabt, dass Werder Bremen eine Top-Adresse für Leihgeschäfte ist und um Spieler weiter zu entwickeln. Also gute Spieler noch besser praktisch zu machen. Und hat als Beispiel auch ein Serge Gnabry genannt. Und jetzt ist das Ding. Bei Bayern gibt es ja eigentlich nicht viele junge Spieler, die die jetzt gerade aktuell verleihen könnten. Vielleicht auch im Winter. Außer zwei, die mir sofort eingefallen sind. Und zwar einmal Zirkse, den ja Bayern sowieso abgeben wollte. Beziehungsweise auch gerne über eine Laie abgeben wollte. Jemand, der eigentlich als Mittelstürmer meistens auftritt in vorderster Front mit viel Tempo. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er zum Beispiel bei unserem System in diese Dreier Offensivreihe vorne auch reinpassen würde. Also ich würde da mal Zirkse gerne in den Raum schmeißen. Genauso, beziehungsweise noch einmal kurz zu Zirkse, muss ich auch noch sagen, dass wie gesagt Bayern will ihn auch gerne ja verleihen. Und wenn jetzt ein Rummenigge öffentlich sowas sagt, kann es natürlich auch sehr gut sein, dass die Bayern bei Bundesliga-Vereinen, weil Bayern ist, man kann ja sagen und denken, was man über Bayern will, aber Bayern ist kein Verein, der, ja, der, sage ich mal, Bundesliga-Klubs in Not auch irgendwie liegen lässt. Dann helfen die auch schon mal ganz gerne. Das war in der Vergangenheit oft ja schon zu sehen. Auch wenn, wie gesagt, ich gar nichts gut heißen will. Natürlich hat Bayern auch viele Vereine einfach kaputt gekauft, muss man auch mal so sagen. Aber darum geht es jetzt heute ganz. Es geht jetzt eigentlich einfach nur darum, dass ich mir gut aus vorstellen könnte, dass zum Beispiel auch ein Zirkse zu Werder verleiht werden kann, vielleicht für anderthalb Jahre als für das nächste Halbjahr und dann noch ein Jahr. Und dass vielleicht man sich da nur einig werden muss wegen dem Gehalt, dass da so ein bisschen das gesplittet wird. Dass wir vielleicht beinahe einen Teil davon übernehmen. Genauso, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, das ist aber für mich eigentlich schon einen Tick zu hoch geriffen. Auch wenn der Junge erst 17 Jahre ist, aber Musiala ist 17 Jahre alt, hat bei Bayern eigentlich nur die Backup-Backup-Chancen. Denn die vordersten zwei, die gesetzt sind auf den Flügelen, sind halt nun mal Sané und Gnabry. Dahinter sind Coman und Costa und danach würde Musiala kommen, wenn man jetzt an die Außen denkt. Jetzt kommt aber wiederum das Ding, der ist 17 Jahre alt und immer wenn man ihn ja auch jetzt gesehen hatte, hat man schon gemerkt, was er für ein Tempo hat, was er für eine Spritzigkeit hat. Dieser Weg nach vorne, Wahnsinn. Ja, das wäre natürlich der Oberkracher schlechthin, wenn man da ein Leihgeschäft machen könnte mit so einem Spieler. Ja, also da bin ich direkt am Glühen und am Kochen und muss an der Stelle, wie gesagt, einfach sagen, ich würde mich persönlich extrem über sowas freuen und es hat mich gerade eigentlich extrem überrascht, dass Rummenigge sowas bestätigt hat, dass er gesagt hat, dass Leihgeschäfte mit Werder sehr interessant sind und dass es die beste Adresse ist und ja, dass man sich da in Zukunft auch beschäftigen wird mit. Und das Ding ist, in einem Monat ist ja schon die Wintertransferphase, das heißt, warum nicht? Warum sollte man das nicht jetzt einfach mal in den Raum werfen und darüber diskutieren? Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Was wolltet ihr zu den beiden sagen? Schreibt mir das als erstes rein und dann könnt ihr auch gerne schreiben, was vielleicht auch noch eine Option wäre und lest euch den Artikel durch, wenn ihr jetzt sagt, ja, nee und so. Lest euch den durch und dann schreibt gerne nochmal einen Kommentar hier. Danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Ciao.